Für mich wäre es natürlich noch besser, drei Runden gegen Erhan zu kämpfen und alle Facetten. Also er soll mich niederschlagen, so zum Beispiel, ich komme wieder und so einen richtigen Rocky-Fight. TKO, zweite Runde. TKO, zweite Runde. Erhan, was sagst du? Ich gebe auch alles für einen TKO, aber jetzt, ob es in der ersten oder zweiten, dritten Runde ist. Ja, herzlich willkommen, liebe Kampfsportfreunde. Wir sind kurz vor Octagon 33 in der Festhalle in Frankfurt. Und ich sitze hier heute zusammen mit David Zavada und Erhan Kartal, die natürlich einen der Hauptkämpfe auf der gesamten Veranstaltung hier antreten werden. Wir haben auf der einen Seite einen Kämpfer, der quasi noch unbesiegt ist. Ja, du hast jetzt einen Kampfrekord von 10 zu 1. Und ich würde mal sagen, deine einzige Niederlage kommt ja daher, dass der Kampf verletzungsbedingt abgebrochen wurde. War natürlich ein bisschen bitter. Auf der anderen Seite David Zavada, ein Ex-UFC-Kämpfer, ein hochdekorierter Athlet mit 24 Kämpfen. Und einer Finishquote in seinen Siegen von über 90 Prozent. Das ist natürlich auch mehr als beeindruckend. David, erzähl mal, glaubst du, du kannst deine Finishrate im nächsten Kampf gegen Erhan Kartal fortsetzen? Also dafür trainiere ich. Ja, also ich trainiere hart jeden Tag. Gegen wen ich kämpfe, ist egal. Und mein Ziel ist natürlich immer den Finish zu suchen. Wenn der kommt, kommt der. Aber über die Runden bin ich eingestellt natürlich. Dafür ist meine Kondition auch bekannt, dass ich alle Runden gehe. Und ja, wenn der Fortschritt mir was gibt, nehme ich das natürlich. Ob das ein Submission, ob das ein TKO ist. Ja, also ich würde sagen, im Punkto Finishes steht ihr beiden euch in nichts nach. Du hast auch eine sehr, sehr hohe Finishquote mit KOs, TKOs und Submissions. Also ich würde mal sagen, die Kampfrichter mit den Judges oder mit den Punktwertungen haben bei euch leichtes Spiel. Erhan, erzähl mal, was siehst du, wie der Kampf zu Ende geht? Ja, wie David gesagt hat, jeder kämpft halt für ein K.O. Jeder gibt sein Bestes. Wenn es drei Runden laufen sollte, wird es halt drei Runden laufen. Aber ich gebe mein Bestes, dass es halt vorzeitig endet. Okay. Jetzt kann man ja sagen, der Erfahrungsunterschied bei euch beiden ist natürlich auch immens. Ja, ich meine 24 Kämpfe versus 10 Kämpfe. Gerade natürlich auf der Bühne bei der UFC, in der du gekämpft hast. Meinst du, das ist für dich ein Unterschied oder findest du vielleicht auch, dass die Qualität von Erhans Gegnern ja jetzt nicht ganz so dem entspricht, was du so gewohnt bist? Ja, ich sag mal, ich habe mehr gesehen. Ich bin mehr gereist, was natürlich ein Vorteil sein kann, Erfahrungen zu sammeln. Aber man kann auch, ich sag mal, viel Verschleiß mitgenommen haben. Ich nutze halt das zu meinen Gunsten. Ich nehme die Erfahrung mit. Ich habe starke Leute gekämpft. Ich habe in der größten Liga gekämpft. Ich habe auch in anderen Ligen gekämpft, sehr großen Ligen. Und ja, ich nehme die Erfahrung mit. Erhans ist ein Gegner wie jeder andere, die ich auch dort gekämpft habe. Er kann mich genauso schlagen wie die, die mich geschlagen haben. Ich stimme jetzt nicht auf die leichte Schippe. Ja, wie er sagt, er hat halt nur eine Niederlage durch Injury. So kann passieren. Kämpfe sind hart. Verletzungen passieren auch in der Vorbereitung. Ob die dann im Kampf ausbricht, ist natürlich schade passieren. Wichtig ist, dass man verletzungsfrei durchkommt, so gut wie es geht. Keiner schafft das verletzungsfrei durch eine Vorbereitung zu kommen. Und ja, dann am 4.6. schauen wir, wer den besseren Tag hat. Ja, jetzt hat David gesagt, du bist für ihn ein Kampf wie jeder andere. Ja, das ist natürlich schon auch ein bisschen eine gesalzene Aussage. Erzähl mal, wie siehst du das? Bist du für ihn ein Kampf wie jeder andere? Ja, ein Kampf wie jeder andere. Er fokussiert sich jetzt wahrscheinlich nicht nur auf mich. Er trainiert halt hart. Aber er hat halt gesagt, dass er mich nicht auf die leichte Schippe nimmt. Das wäre klug von ihm. Das heißt, du rechnest auch vielleicht ein bisschen damit, dass er dich unterschätzt, weil du einfach weniger Kämpfe hast? Meinst du, das kommt auch mit dazu? Was heißt, ich habe schon davor auch über 30 Teilwuchskämpfe gehabt vom K1, verstehst du? Ja. Erfahrener ist halt, hat gegen ein paar gute Jungs in der UFC ist jetzt halt jeder gut. Aber jetzt, das heißt jetzt auch nicht, dass die Gegner besser als ich waren. Okay. Jetzt muss man natürlich auch sehen, zu der Zeit, als du deinen ersten Kampf gemacht hast, hatte David schon zehn Kämpfe unter Profiregeln. Ja. Und das ist natürlich auch ein Faktor. Er trainiert natürlich schon sehr viel, sehr viel länger. Aber warum, glaubst du, ist es deine Möglichkeit, hier ein Statement zu setzen? Sehr, sehr viel länger, ob er trainiert, weiß nicht. Ich habe jetzt meinen ersten K1-Kampf mit 17 gemacht. Okay. Ja, das sind auch jetzt schon 13 Jahre her. Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Erfahrung mit der ganzen Show drumherum. Aber ja, ich trainiere hart und wir werden es dann halt, das werden wir dann sehen am 4.6. Gerade, wenn du sagst, er hat schon mehr Erfahrung auf der großen Bühne. Es wird natürlich erwartet, ja, es wird eine fette Show. Ein ausverkauftes Haus mit 10.000 Zuschauern. Natürlich hast du da auch vielleicht so ein bisschen die Rolle des Underdogs, wenn du von Österreich nach Deutschland kommst. Ja. Wie siehst du das oder wie stellst du dich darauf ein, dass du vielleicht auch einfach ein bisschen vor dieser Kulisse ein bisschen oder von dieser Kulisse ein bisschen beeindruckt bist? Ja, ich bin eigentlich ganz cool. Das macht mich noch schärfer, wenn desto mehr Leute da sind, desto besser ist es für mich. Das reizt mich an. Und ja, Underdog war ich schon öfters. Siehst du dich selber als Underdog für den Kampf? Nein, ich sehe mich niemals als Underdog. Warum nicht? Jetzt könnte man ja, böse Zungen könnten ja jetzt sagen, okay, er hat in der UFC gekämpft, hat 15 Kämpfe mehr. Könnte man dich ja jetzt plump gesagt als Underdog hinstellen. Was würdest du solchen Leuten sagen? Underdog? Jedermann sollte selbstbewusst genug sein, um sich nicht als Underdog zu sehen. Und ja, ich habe schon auch genug gegen Bellator Champions, Sparring gemacht, genug Leute von der UFC. Okay, ja gut. Sparring und Weltkampf ist natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes. Erzähl mal, ja, das ist ja dein Metier. Wie siehst du Erhan in dem Kampf als Underdog und wenn ja, warum? Ich sage, auf Papier ist er der Underdog, weil er halt weniger Kämpfe hat, weniger Erfahrungen. Er hat noch nicht in diesen Ligen gekämpft, wo ich gekämpft habe. Aber wie man sagt, ein Underdog kann auch ausstechen, sage ich mal. Er kann natürlich, wie er es fängt, es fängt im Stehen an. Wie er sagt, er hat Kickboxerfahrung, von daher denke ich auch, er hat Schlagkraft, immense Schmalerkraft und da werde ich ihn auf jeden Fall nicht unterschätzen, so irgendwie locker reinlaufen oder so, weil er kann mich mit einer Faust, kann das auch schnell enden. Von daher in der ersten Runde ist auch jeder gefährlich. Ja, dann werden wir sehen, wie halt die Luft, wie die Luft danach ist. Ja, das ist natürlich das Interessante am MMA Sport. Ja, auch wenn man zwei Kämpfer mit unterschiedlichen Erfahrungswerten hat, kann natürlich alles passieren. Alles ist immer offen. Jetzt hast du auch schon, jetzt hast du auch schon angesprochen, er hat natürlich auch einen Background im Kickboxen, hat viele seiner Finishes über Faustschläge, über TKO's geholt. Meinst du, du siehst vielleicht einen Vorteil eher auch im Bodenkampf oder im Ringen? Ich sage so, ich bevorzuge auch das Striking, ja. Also, weil das ist auch das, was, wenn ich eine Gala anschaue, dann liebe ich das auch, wenn jemand sich im Stehen gerne kloppt. Und ja, das ist halt das, weil wenn man vom Bodenkampf nicht viel versteht, dann ist das auch, kann auch schnell langweilig werden. Von daher, der Kampf fängt im Stehen an und wir schauen, wer am längsten steht. So, ja. Das bedeutet... Ja, wenn er mich halt dazu dann zwingt, dass ich zum Boden ausweichen muss, dann werde ich es machen. Ich würde natürlich meine Stärken und die Lücken aussuchen, die er mir gibt. Vielleicht wird er das auch so. Vielleicht ist er im Background ein Kickboxer, aber trainiert heimlich auch Ring und versucht mich da zu Boden zu ringen und so. Aber das glaube ich eher nicht. Ich denke, wir werden das im Stehen aushändig. Okay, das ist natürlich schon mal eine fette Ansage an die Zuschauer, dass wir ein ordentliches Standgefecht, ein ordentliches Feuerwerk von euch erwarten dürfen. Erzähl mal, wie stellst du dich taktisch auf, das Matchup ein? Taktisch auf, ja, wie gesagt, man muss schauen, man muss sich antasten. Ich würde es auch lieber im Standup machen, aber viele halt glauben, ja, der Herr kann nicht ringen. Aber ja, sie sollen dann mal versuchen, mich runterzubekommen, ja. Okay. Das bedeutet, du hast dich sportlich seit deinen letzten Matchups auch weiterentwickelt. Worauf hast du speziell im Training jetzt deinen Fokus gelegt? Der Fokus ist bei mir immer Standup. Ich will mich immer verfeinern, verschärfen und ringen halt. Ein bisschen Jiu-Jitsu und Kondition, Timing, alles passt. Wo ist deiner Meinung nach die Schwäche von David, wo du ihn anpacken kannst und wo du ihn natürlich auch knacken kannst? Schwäche, ja. David ist ein Allrounder, wenn du mich fragst. Der kann alles. Aber ja, ich sehe meine Vorteile im Standup gegenüber ihm. Okay. Du bist natürlich auch bekannt dafür, dass du nicht nur aggressiv nach vorne gehen kannst, sondern auch recht gut rückwärts boxt. Das wird natürlich auch gerade schwierig, wenn man einen Gegner hat, der variabel im Stand ist. Erzähl mal, was ist deiner Meinung nach so der Knackpunkt, wo du deine größten Vorteile siehst oder vielleicht auch die Schwäche von Erhan? Was ist da so dein wichtigster Angriffspunkt? Ich sag mal, Erhan, was ich auch weiß, ist ein guter Konterboxer, wie du es erwähnt hast. Er kann nicht nur nach vorne gehen, er kann auch rückwärts gehen. In meinen letzten Fight in der UFC habe ich es halt gelernt, wie man ausgekontert werden kann und nach Punkten verliert. Von daher habe ich davon auch auf jeden Fall meine Erfahrungen gesammelt und an Fehlern gelernt. Und ja, ich werde es auf jeden Fall ausnutzen. Also er sagt, er ist mir überlegen im Standup. Das werden wir dann am vierten, sechsten sehen. Weil viele vom Standup haben meine Leute noch nicht. Also generell das Publikum nicht sehr viel gesehen von dem jetzigen Zeitpunkt, wie ich im Standup bin. Ja, das kann man nur erfahren, wenn man im Käfig mit mir steht und dann ja. Okay, spannend. Dann machen wir uns da schon mal bereit auf ein ordentliches Feuerwerk. Jetzt erzähl mal, du bist gerade oder ihr seid gerade beide im Trainingscamp. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Du hast aber vorher schon mal erwähnt, dass du dir ein bisschen Sorgen machst, dass Erhan vielleicht gar nicht zum Kampf erscheint, sondern dass er kurz vorher nochmal aus irgendwelchen dubiosen Gründen den Kampf absagen wird. Erzähl mal, warum denkst du das? Ja, ich sag mal so, das ist jetzt nicht meine offenbar, sondern so Leute sagen mir schon im Hintergrund, ey, ich weiß nicht, ob der kämpfen kann wird, weil er hat halt Verletzungen. Er hat ja durch eine Verletzung auch verloren und ich weiß nicht, wie sehr die den zurückwerfen. Ich hoffe halt nur, dass der verletzungsfrei durchkommt, wie jeder Kampfsportler ist und durchkommen soll. Und ja, am 4.6. dann, weil hier können wir nur reden. Tatsachen lassen wir am 4.6. im Käfig raus. Und dann sehen wir mehr. Okay. Das heißt, du bist auch gut vernetzt mit Leuten, die Erhan kennen. Was heißt? Nein, nicht vernetzt. Der Post kam raus, dann schreiben wir, ah, ich kenn den. Leute kommen, weißt du, wie die Politik ist, du haust den Weg, du machst das, dann schreiben andere Seite, du wirst nieder, du wirst k.o. gehen, gib du lieber auf uns. Ist Internet, ne? Leute schreiben viel, weißt du? Erhan sitzt hier, ja. Am 4.6. stehen wir im Käfig und dann tragen wir das aus, weißt du, wie Männer. Nicht wie Leute, die im Internet schreiben und sich unterhalten und das als Konsum nehmen, ebenso für die Unterhaltung. Ja, dann erzähl mal, wie gehst du damit um, mit diesen ganzen Kommentaren, alles, was bei Instagram und Social Media gepostet wird. Da wirst du natürlich auch viele Supporter aus deiner Heimatstadt haben, aber auch wahrscheinlich viele, die dann eben, wie du gerade gesagt hast, sagen werden, ja, der kämpft bestimmt nicht. Erzähl mal, wie gehst du mit sowas um, dass dir das eben nicht unter die Haut geht? Ja, ich nehme sowas alles nicht ernst. Ich habe keine Verletzungen, ich bin fit. Solange jetzt nichts Großes passiert, werde ich anwesend sein. Und ich freue mich auch sehr auf den Kampf, dass er den Kampf angenommen hat. Nicht jeder nimmt den Kampf an. Zum Beispiel der Jungwirte, gegen den wollte ich schon oft genug ein Remage haben, aber ja, der versucht jetzt immer die ganze Zeit so irgendwie davon zu kommen. Okay. Aber David, was ich gehört habe, hat sofort Ja gesagt und ja, let's go. Woran glaubst du liegt das, dass die anderen Kämpfer aus dem Weg gehen? Ja. Speziell jetzt vielleicht auch Christian Jungwirte. Der Jungwirte, der ist überhaupt, wenn du mich fragst, eine Flasche. Nach so einem Kampf, das zeigt Charakter, wenn du dich sowieso von sowas, dich erfreuen kannst, der hat mir nicht mal eine Faust ins Gesicht schlagen können. Ich habe gekickt, mein Kreuzband ist gerissen und dass der danach jubeln kann, das zeigt nur eine Charakterschwäche. Okay. Ja gut, dann müssen wir auch vielleicht mal gucken, ob da nicht in Zukunft was machbar ist. Christian Jungwirte ist ja auch im Octagon Roaster. Ich habe andere Veranstaltungen auch angeboten. Ich will kein Geld, wenn der mich weghaut, soll der mein Geld auch haben. Wir können das alles vertraglich machen, bringt es den mir nur. Okay. Wenn du sagst, du willst kein Geld, würdest du auf den eigenen Kampfausgang jetzt vom nächsten Matchup, würdest du darauf wetten, wenn du könntest, wenn du dürftest? Ist ja immer so eine Sache, aber rein theoretisch würdest du auf dich selber Geld wetten, wenn du jetzt könntest? Ja, ich bin allgemein gegen Wetten. Ich mache jetzt auch keine Wetten im Fußball oder so. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich bin selbstbewusst genug. Ich glaube, dass ich gewinnen werde und ja, könnte man auch schon wetten. Okay. Jetzt ist ja, wie gesagt, er ist momentan technisch gesehen noch ungeschlagen, hat noch keine Niederlage aus Decision oder vorzeitigem Ende, jetzt mal abgesehen von dem Arztabbruch bekommen. Warum glaubst du, wirst du ihm seine erste Niederlage beibringen? Zudem fände ich das auch geil, dass der, wie der sagt, TKO Injury ist jetzt keine Niederlage an sich. Das ist halt, was der Arzt oder beziehungsweise was der Körper ist unglücklich. Ist jetzt keine Niederlage. Deswegen freue ich mich auch. Ich nehme ihn als ungeschlagenen Gegner da. Ich freue mich auch, so einen Typen schlagen zu können, ihm die erste sozusagen Lektion zu erteilen. Und ja, ich bin auf jeden Fall auch so sehr selbstbewusst, was mich, was mich, mein Kampfstil angeht. Dass ich im Stand-Up ihn überlegen bin, dass ich ihn im Boden überlegen sein werde und dass ich ihn zu Boden holen kann, wann ich will. Okay. Das will ich vorführen. Okay. Das ist einfach nur, ich will einfach nur zeigen, dass ich wieder zurück in Deutschland bin und dass, wie ich mich weiterentwickelt habe, wo ich überall war. Aber ich habe ja auch mit Top-Athleten trainiert in Amerika, generell auf der Welt. Wir haben auch Top-Athleten bei uns im Gym, im UFD-Gym. Von daher, ja, also ich will halt nur zeigen, diese Kampfkunst. Also für mich wäre es natürlich noch besser, drei Runden gegen Erhard zu kämpfen und alle Facetten. Also er soll mich niederschlagen, so zum Beispiel ich komme wieder und so einen richtigen, so sag ich mal, so ein Rocky-Fight. Okay. Auf sowas stehe ich. Dazu bin ich da. Weil wenn ein Kampf unglücklich schnell zu Ende geht, vielleicht durch ein Lucky Punch und so, man weiß nie, wie war der Kampf richtig. Aber wenn man richtig einen, ich sag mal, dominiert, ja, dann sagt man, dann kriegt man auch den Respekt, sagt man, hey, okay, du warst besser als ich. Ja. Und das, ich will nur diese Schätzung. Ja. Diese, hey, okay, du warst besser, du hast mir die Lektion erteilt und weiter geht's. Living and learning. Das heißt also, du freust dich auf eine fette Kaiderei. Gehst aber auf der anderen Seite auch davon aus, dass du spielerisch, dass du Erhard spielerisch dominieren wirst, weil du ihn in allen, in allen Belangen des Sports überlegen willst, dass du mit ihm, so wie du gerade gesagt hast, ringen kannst, wie du Lust hast. Ähm, das vor heimischem Publikum klingt schon so ein bisschen, als wolltest du ihn auch ein bisschen demütigen, oder? Oder ihm ein bisschen Demut beibringen. Ja, nicht demütigen, nein, ich will nur meine Klasse zeigen. Okay. Weil die Zahlen sprechen ja auch, ne, also hier UFC-Veteran, er hat national Österreich auch im Ausland gekämpft. Äh, ich will halt diese Differenz zeigen, ne. Ja. Wo ich schon überall war. Ja. Und wie weit der Weg dahin ist. Ja. Ja. Lektion erzählen, wenn nicht. Ne, also zeigen, was. Ja. Was noch zu erreichen ist, oder wohin der Weg uns führt. Okay. Was ist dein erster Gedanke, wenn David sagt, er wird dich spielerisch dominieren? Ja. Nach Belieben, wie er gerade Bock hat. Ja, es ist gut, dass er so selbstbewusst ist, ja. Aber so einfach wird's 100 Prozent nicht. Okay. Warum ist es besonders für dich jetzt wichtig, wenn es mal so um die Vorherrschaft bei Oktagon im Weltergewicht geht? Natürlich gerade auch vor dieser Masse an Fans. Warum ist es vielleicht gerade dann auch wichtig, dass du da ein Statement setzen kannst? Möchtest du dich mit dem Kampf auch so ein bisschen positionieren und zeigen, dass du halt bereit bist für weitere Aufgaben? Ja, natürlich. Und überhaupt mit so einem Gegner wie David Savada, wenn du dir einen Sieg holst, das heißt schon mal was. Wie er sagt, UFC-Veteran hat schon ein paar Kämpfe in der UFC gemacht. Wenn du gegen so einen Mann gewinnst, dann spricht ganz Europa von dir. Ja. Und das galt mich auf. Ja. Das galt dich auf. So, so. Okay. Erzähl mal, wie siehst du das? Wie siehst du den Kampf? Und warum ist es für dich ein Easy Win? Easy Win sage ich nicht. Ich will es halt aber so aussehen lassen. Weil es steckt viel harte Arbeit im Training. Natürlich auch am Kampftag. Der Kopf muss am Punkt sein. Ich muss fokussiert sein. Ich muss da reingehen. Ich muss alles sehen können. Und wenn das so ist, dann denke ich, ich kann ihn vorführen. Ja. Ihn vorführen. Okay. Das ist schon mal ein starkes Stück, wenn du sowas sagst. Wir haben jetzt vorhin mal ganz kurz davon gesprochen, dass du eben gesagt hast, er hatte in der Vergangenheit Probleme mit Verletzungen. Und auch wenn du jetzt natürlich sagst, das ist alles verheilt. Du hattest ja trotzdem vor, wenn ich das richtig weiß, hattest du trotzdem vor zwei Jahren einen Kreuzbandriss, oder? Ja, genau. Ja. Also ein Kreuzbandriss ist ja auch was, wo manche Ärzte sagen, okay, du kannst nie wieder richtig Sport machen. Warum glaubst du, dass dich das nicht mehr beeinträchtigen wird? Ist das alles so weit verheilt oder wie bist du damit umgegangen? Ja, es ist alles top verheilt. Ich trainiere hart und bis jetzt habe ich keine Anzeichen jetzt, dass mir mein Knie Kreuzbandriss an einem Bein hattest. Du kannst dir nie vergessen, dass ich jetzt nicht einen Haken schlage und mir nicht die Schulter rausspringt. Ja, aber gerade wenn man das als Gegner natürlich weiß, dass du mein Kreuzbandriss an einem Bein hattest, meinst du nicht, das macht dich vielleicht auch wieder ein bisschen anfällig dafür, dass dass ein erfahrener BJJ und Luther Livremann, wie der David, gerade vielleicht das Bein auch ein bisschen mit Heelhooks oder Toeholds attackieren wird? Meinst du nicht, das spielt ihm da so ein bisschen in die Karten? Ich denke nicht, er kann ja versuchen, was er möchte, aber ich sehe es jetzt nicht als Nachteil. Okay. Wie siehst du das, David? Meinst du, da ist er ein bisschen anfälliger für Submissions auf das ehemals verletzte Beine und das er deswegen vielleicht auch gerade in Submission Ansätzen schneller tappt, weil er nicht möchte, dass es wieder klickt im Knie? Könnte sein, einerseits, aber das ist gar nicht mein Stil, ich reife die Beine nicht an. Also Low Kicks natürlich, welches Knie weiß ich auch nicht, welches das ist, aber ich setze Low Kicks an, beide Beine, High Kicks, aber so auf Takedown und Heelhook sowas nicht. Ich bin so mehr Re-Neck-Joke, Guillotine, sowas, das sind so meine Submissions oder Triangle. Okay, jetzt machen wir uns also bereit für eine fette Keilerei im Stand. Beide Kämpfer haben natürlich Lust, das mit den Fäusten auszutragen, scheuen auch vor nichts zurück. Beide Kämpfer haben schon mal ihre Nehmer-Qualitäten bewiesen. Jetzt noch eine abschließende Prognose, wie der Kampf endet und wann der Kampf endet von beiden Kämpfern. David, du bist als Erster dran. TKO, zweite Runde. TKO, zweite Runde? Erhan, was sagst du? Ich gebe auch alles für ein TKO, aber jetzt, ob es in der ersten oder zweiten, dritten Runde ist, kann ich nicht sagen. Okay. Tjalli, bevor dir des gepflegten Faustkampfes, wir haben die beiden Kämpfer gehört, wir dürfen uns bereit machen für eine echte Schlacht im Standkampf. Wenn ihr dieses Event nicht verpassen wollt, es gibt noch ein paar wenige Tickets für den vierten, sechsten in Frankfurt auf ticketmaster.com. Für all diejenigen unter euch, die leider nicht zur Veranstaltung kommen können, könnt ihr natürlich sehr gerne das Pay-Per-View kaufen, das findet ihr auf octagon.tv, dann verpasst ihr keines der Matches und könnt eure Kämpfer supporten und seid natürlich live mit dabei.